Die Widerstandsspionin Vimoradi wird auf dem Heimflug von einer wichtigen Mission von der Ersten Ordnung gefangen genommen. Schnell landet sie in einer Verhörkammer auf dem Sternenzerstörer Absolution und wird dann von Cardinal, einem Sturmtruppenoffizier in roter Rüstung, zunächst gefoltert und dann nach Informationen über Käpt'n Phasma ausgequetscht. Cardinal ist neben Phasma einer der beiden Hauptausbilder junger Sturmtruppen und versucht, die Elitekämpferinnen aus ganz eigenen Gründen bei seinen Vorgesetzten in Misskredit zu bringen. Doch diese hat einflussreiche Unterstützer und jedes Vorgehen gegen sie ist mit enormen Risiken behaftet. Vimoradi beginnt mit einer gut zehn Jahre alten Erzählung über Phasmas Herkunft vom Planeten Parnassos, versucht aber gleichzeitig, Cardinal auf ihre Seite zu ziehen und eine Flucht aus dem Gewahrsam der Ersten Ordnung vorzubereiten. Je mehr sie Cardinal von Phasmas frühen Jahren berichtet, desto mehr verdichtet sich ein besorgniserregender Verdacht, der auch höchste Kreise bis hin zu General Armitage Hux nicht ausschließt. Mit Delilah S. Dorsons Roman Phasma werfen wir erstmals einen längeren Blick in die Jugend und die ersten wichtigen Schritte des Werdegangs der Soldatin mit der ikonischen Chromsturm-Truppenrüstung. Eingebettet in die Rahmenhandlung von Mi Morandis Verhör durch Cardinal erhalten die Leser einzelne Blickpunkte auf Phasmas Entwicklung in Form einer Nacherzählung der Erlebnisse der jungen Stammeskriegerin Sif auf dem kargen, lebensfeindlichen Planeten Parnassos. Sif wuchs in einem primitiven, noch von den Resten zivilisatorischer Einflüsse geprägten Stamm auf, dem auch Phasma und deren Bruder Keldo angehörten. Ihr Blickwinkel ist stark von ihrem begrenzten Wissenshorizont und den Stammessitten geprägt. Was zu Anfang dieser Erzählungshäppchen eine interessante Welt entstehen lässt, gerät spätestens im Mittelteil der Geschichte vor dem Fokus auf Phasmas Handeln und den Reaktionen der Umgebung darauf in den Hintergrund. So wird Sif als Erzählerin zu einer puren Ablaufzeugin degradiert, deren ursprünglich interessante Kultur und Persönlichkeit sich immer mehr verliert, je härter die Umgebungsbedingungen und Entscheidungen Phasmas werden. Leider verliert die Gesamtgeschichte dann auch enorm an Fahrt, da die Autorin zu einem sehr detailverliebten Erzählstil neigt. Anstelle ausschweifender Umgebungsbeschreibungen hätte etwas mehr Tempo das Lesevergnügen deutlich vergrößert. Dass die Leser Phasmas Verhalten die gesamte Erzählung über nur in zweifacher Beobachterpositionen durch Sif und Wie verfolgen können, lässt zudem keine echte emotionale Verbindung zu ihr entstehen. Durch dieses Stilmittel wirkt die namensgebende Hauptperson Phasma nahezu ausschließlich als machtgierige, egoistische Person, die für das Erreichen ihrer Ziele nicht nur sprichwörtlich über Leichen geht und sich stets danach orientiert, was ihr den meisten Gewinn bringt. Wirkliche Tiefe in der Charakterisierung Phasmas wird so nicht erreicht. Sollte es allerdings das Ziel der Autorin gewesen sein, sie als echte Unsympathin und gefährliche Kriegerin zu zeigen, ist ihr das allerdings sehr gut gelungen. Es fällt nach den letzten Seiten des Buches nicht schwer, Phasma als die skrupellose und brutale Person zu sehen, als die sie in den Filmen bereits charakterisiert wurde. Zwar erfährt man als Star Wars-Fan im Lauf der Erzählungen einiges Wissenswertes über die Sturmtruppenausbildung der Ersten Ordnung unter Brandel Hux und das Verhältnis des späteren Generals Armitage Hux zu seinem Vater, welcher mit seinem Raumschiff auf Panassus abstürzte und Phasmas Aufstieg in der Ersten Ordnung erst ermöglichte. Phasmas Wünsche, Gedanken und Motivationen bleiben dabei jedoch stets verborgen und können nur durch ihr Tun und die wenigen Dinge, die sie tatsächlich spricht, erahnt werden. So werden gerade wie Morandi im Zusammenspiel mit Cardinal, sowie Sif zu weitaus interessanteren und tiefgründigeren Handelnden. Gerade die kurzen Verhörabschnitte zwischen den Phasma-Story-Teilen empfand ich etwa ab der Mitte der Erzählung als deutlich spannender als die eigentliche Hauptstory. Nach einem eher zehn Mittelteil nimmt die Geschichte bis hin zu einem vielversprechenden Ende wieder Fahrt auf und lässt mich als Leserin mit dem Wunsch zurück, über wie Morandi und Cardinal mehr erfahren zu wollen. Phasmas weitere Geschichte und ihr letztendliches Schicksal sind schließlich durch die Filme bekannt. Machen wir noch einen Diversitäts-Check bei diesem Buch. In Phasma herrscht ein sehr bunter Mix an unterschiedlichen Haupthandelnden vor, bei dem kein Geschlecht stärker dargestellt oder bevorzugt behandelt wird. Neben der überaus starken Kriegerin Phasma und deren machtorientierten Verhalten, werden den Lesern weitere kompetente Personen wie Morandi, Sif oder Cardinal präsentiert, deren Kenntnisse sich aus ihrer Umwelt, ihren Erfahrungen und ihrer Ausbildung ergeben. Sifs weniger kampffütige Natur und ihre Fürsorge für Clan-Mitglieder vermindern in kriegerischen Situationen nicht ihr Können und ihre Romanze mit einem Clan-Mitglied bestimmt nicht ihre Persönlichkeit oder Wahrnehmung. Mein Fazit? Es ist eine Abenteuergeschichte rund um Captain Phasmas Aufstieg, die einige Längen und wenig wirklichen Einblick bietet. Das ist definitiv nur was für echte Fans, die alles lesen möchten, was es zu Star Wars gibt. Von mir gibt es dafür sechs von zehn möglichen Punkten. Ich musste mich zwischendrin teilweise echt abquellen, hier weiterlesen zu wollen. Insofern würde ich es wahrscheinlich auch kein zweites Mal in die Hand nehmen. Das Buch bekommt ihr beim Blanvalet Taschenbuch Verlag und es wurde mir freundlicherweise vom Random House Blogger Portal für die Rezension zur Verfügung gestellt. Dankeschön dafür! Ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, habt jetzt neuen Lesestoff gefunden oder lasst die Finger davon. Wir hören uns bei der nächsten Rezension oder bei einem Let's Play. Macht's gut, bis dahin und tschööööö!